FUPTV 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 Okay Und Stefan ist nicht da, wo ist Stefan? Wo? Telefonieren Wo? Bleib einfach dabei, alles andere kommen von selbst oder nicht Du kannst nicht bleiben So, Entschuldigung, bin dabei jetzt Jo Ja, das ist richtig Man muss halt gucken, also Also wenn du nicht mega Anwendungen machen willst Wir haben wieder hier Der Hakenrad oder sowas Wo? Wo? Ich kann jetzt sehen wie viel Muni ihr habt, oder? Oh, stimmt Ja Äh, warte So Tschüss Oh, fuck Ah Ich sag ja die Dolche, Alter Die Dolche Bam, Mann Das ist so geil Die Dinger sind so geil, Mann Schön geschnetzeltes Toll Danke, Marius Das war's wieder du Bam Weg, Vara Du ist ein tote Ratten-Oger, ne? Wir können froh sein, dass der nicht lebt Hä? Ratten-Oger? Wo? Da liegt's für tot und wo? Hier vorne Ah Äh Okay AAH Okay Er hat mich, er hat mich Drecksau Ja stimmt, das ist die Fetisch-Ratte Genau Mhm Stefan? Ja Was? Die Fetisch-Ratte ist wieder da Ja, ja Ähm Mhm Genau, Kamille, ne? Und ist die deutsche, ist die deutsche Ratte auch schon da? Die Gas-Ratte? Oh Scheiß-Fass Explodiert schneller Oh, du warst so lange, ne? Das ist ein Scheiß-Fass immer Ja Ja Den gön ich mir jetzt aufs Maul Wuuuuhuuu Haha, das ist so geil Es ist ja eh so gut, sobald ich drei Gegner zeitgleich treffe, kann ich so schnell zuschlagen Echt? Jaja Aber ich will mit dem den zweiten Speck spielen, weil das ist schon auch so ein Waldläufer-Gekönes-Typ Ah, geil Ja, ja Oh Ja Der hier? Ja, ja Haben ihn W-What the fuck, man? Hä? Okay, 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 schon geil Ah Bombe Ne, Munition Bombe Was? So neben mir Ratschung Ratschung Eddie Oh, shit Oh, nein, 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 nein Oh, fuck Okay Die hat mich runtergeschubst, die dumme Sau Dankeschön Ah Wo bist du, kann man stehen? Bam, 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 bam Bam, bam, bam Bam, bam, bam Ah, verdammt Ist das so Ja Was soll ich dann? Auf flande geschlagene Nebene Ja, ja, ja Passt, passt, passt Scheiß, Mann Okay, Fail Nummer eins Vergiss es, ey Das war sehr schön Elegant daneben geschlagen Ja, sehr elegant, ja, ja. Achtung, nahm Werfer. War toll. Die Kriegsmarke wird angegriffen. Autsch. Hieb dich hoch. Ah, warte, er hat dich. Okay, hat er mich. Lebt noch jemand, lebt noch jemand. Ja, Moment. Ja, hol, mach, 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 mach. Heb sie auf, heb sie auf. Heb du den Eckstuhl. Ah. Was? Ja, hopp, hopp. Weiter geht's. Okay. Okay, go. Autsch. Achtung, Achtung. Haha, geploppt. Arschloch. Okay. Ah. Adrenalin. Geploppt. Ah. Okay, go. Oh, fuck. Komm, wir haben gleich, wir haben gleich. Oh, nein. Zurück, zurück. Zurück. Versuch abzublocken. Okay. Okay. Was hat mich denn wieder? Hä, was? Hey. Hey. Na komm. Okay. Oh, okay. Irgendwas, oh Gott. Ja, er hat den Grundumschlag gemacht. Ich hole, ich hebe ihn auf. Okay, go. Oh, er hat gereicht, um was zu denken. Einfach frei. Weg, weg. Ah. Hat mich. Ah, mich hätten wir da drunter gehauen. Komm. Oh je. Ah, fuck. Okay, wie sieht's aus? Äh, scheiße. Warte. Moment. Ich bin gleich wieder hier. Und, 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 und. Läuft und tschüss. Wir haben ihn fast hier. Jawoll, wir haben ihn. Super. Nice. Voll gut. Läuft, man. Den Finishing Move. Okay, go, go, go. Wir müssen dann kommen. Go, go, go. Okay. Geladen und entsichert. Was? Lasst uns Lord of the Weeds zitieren. Quack. Quack. Extreme Terror. Oh Mann. Oh Mann. Das darf echt keiner hören oder sehen. Oh. Nur kaputte hier. Ah, ist schon wieder so ein Scheißbogen. Warte, ich verhau jetzt mein Material. Krieg eh so viel Scheiße. Ah. Zack, zack. Einmal probier's noch. Einmal. Mal starten oder wie? Nein. Alles gut. Marius hat's grad verrafft. Ach so. Ja genau. Der Marius war's. Immer, immer der Marius. Es ist immer, immer Marius. Es ist immer Marius. Ja, wer regelt der Herr Mayor. Ja, 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 ja. Das hätt ich dir gern. Hier sind zwei Potions. Ja, hab eine. Ah, wir nehmen die andere. Ach so, ach so. Ne, ist auch noch, ne ne. Okay. Wenn einer noch Platz hat, dann nimm ich lieber mit, weil ich hab jetzt nicht viel Leben verloren. Macht ihr so immer die Türen auf? Weißt du, Stefan, der Grobmotoriker, wieder, ne? Ich krieg die Tür nicht auf und bleh, helle Bahne, du ich. Vergiss die Pieplöcher nicht, Jungs. Ja, ja, ja. Oh ja. Ja, das letzte Mal hab ich einen Penis gesehen. Was? Oh, Entschuldigung. So ein Ratten-Penis. Das könnte doch nur ein Ratten-Schwanz gewesen sein, ich bin mir nicht sicher. Der riecht nach Käse. Mh, was? War das kein Skarren-Schwanz? Ja, eventuell. Oh, hier ist noch Munition, wenn keiner haben will. Ja, die kann jemand sehen. Was? Was? Auf einmal kommt die Kralle von hinten. Mh, eine Ratte. Ja. Ah ja, die mit den Gedärmen, ne? Die hatte ich auch schon, die ist voll gut. Ey, du spielst so fies, ne? Mach mal ein Beutemörfe. Ah, eine Lootratte? Okay. Ich hab's grad klingeln hören, so. Soll ich ein Geräusch mal, wenn einer sind? Ja, das war die Beuterratte. Nein. Oh mein Gott. Er hat ihn wieder, er hat ihn wieder. See me white. That's how it's done. Okay. Geh, schnipzelt es. Viva Pinata. Ja, guck mal, Viva Pinata. Wuuuuh. Lass baumeln. Geh, um eine Runde abhängen. Oh, oh. Willkommen. Willkommen, willkommen, ja, okay. Unikon. Willkommen bei FUPTV. Willkommen bei FUPTV. Es singt für Sie weiterhin das Nivo. Oh. Ergelinfektion. Hm. Das ist mein Leitdämon, der Dämon, der Faulheit. Ihr wollt grad nicht wissen, was ich verstanden hab. Was denn? Ich hab nicht, was, nicht mit N, sondern mit M. Mit M. Merkelinfektion. Oh. Oh, oh, oh. Herrlich. Oh, oh, oh. Wo, wo, wo kommen sie? Wo kommen sie, Eure? Wo, wo? Was wollt ihr, Mann? Ich baller euch weg, Mann. Alter, wo isch der? Was? Neun? Von, oh. Verschmutztes Geschwür, zerstört. Hm. Oh, mal ordentlich die Krebszellen abbauen hier, ne? Ja, mal knapp, schau doch mal mal den Stefan machen, der kennt sich damit aus. Oh, das sieht aus, als würde ich... Ey, Alter. Wie so ein pubertären... pubertierender Junge, der sich die Pickel ausdrückt, Alter. Absolut. Die Pickel am Sack ausdrücken, oah. Du hast Pickel am Sack? Tut nicht. Bislang nicht? Nein. Hinter uns mit ne Nazi-Rappe, die ist meiner Meinung. Aber ohne Witz, ey. Alter. Ohne Witz. Oh mein Gott, Adolf! Der Stuhl? Hä? Stuhl? Entschuldigen Sie, liebe Ratte, darf ich Ihren Stuhl vorschieben? Hä? Aaaaaaah. Wie scherlich. Aber geil. Waaah. Alter, geil. Wuuuhu. Alter. Was? Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Weit weg. Alter, ich treffe den nicht! Jetzt. Der war dann gerade gefremd. Hilf mir. Ich komme. Ich komme. Ja. ja headshots vielleicht bin ich dir zuvor gekommen wieder nein vielleicht bin ich dir zuvor gekommen auch mal munition alle am nücheln und was machen naja klar mit sack in im mund ich habe gerade der ring im moment ja klar warum weil ich gerade eben einfach mit bogen auf eine meute voll etwas geschossen im flug ja ja voll gut denn du bist der lego märz der lego märz alter der legolas ja das wäre noch besser aber ja schon ein bisschen ja aus deiner ww-zeit da war das damals üblich dass die blutelbenjäger legolas hießen richter legolas legolas 1 legolas 2 so nicht beim herz da ist direkt mit zunge er hat war nur noch zunge das war gleich befummeln an den titten du Alter ich brauch ne warme dusche ey und ein Bier warmes Bier und ne kalte dusche ja genau ja genau oh ne oh ne oh ne ah komm her was ist hier los wo ist die scheißratte ich lieg im dreck leute auch nicht was direkt ins Gesicht ich ich ähm wer hier ja ich werde angegriffen jetzt AAH wer gut alle stehenden rücken hau hey das macht schon ordentlich Bessinger ah fuck verdammt 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 Allah hab ich grad auf die Fresse gekommen aber so hieß denn huck 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 boah geil naja würde ich auch gerne sagen aber ich hab's gemacht ne doch nicht ich hab den kill nicht bekommen weil die mich verarschen man ihr habt ihm grad das Gesicht weggerissen ja auch nirg am Boden AAH what don't feelin AAH ich auch what don't feelin 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 oh ich mecker aber kein Nachteil die da wäre sie ist kaputt jeder wenn ich zuviel Scham bekomme also wenn meine Abwände und meine Überladung voll ist auch nirg auch nirg auch nirg AAH sprich mal einmal davon ja 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 er target mich gerade komm komm sehr gut ah ups jawoll jawoll man oh 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 komm 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 gas gasratte alter oh shit nein bin auch down fuck Merz ARA MERZ was ich zieh nix ich zieh nix oh fuck off moment ah ich bin eingeprügelt oh warum lebe ich wieder? hast du mich geheilt? nein ne du warst nie tot was echt? war doch down nein oh dann tut's mir leid alter au alter wie weit ich flieg wie weit ich flieg aah alter hast du aus dem level raus man wie geil sei doch denn aus das ist noch im Kampf noch so hin oder? ja ja klar ich hab ja auch so er haut mich wieder weg ey ich hab mich zurückgeflogen ne? ja und er ist doch noch auf mich zugerannt FUTBALLRATTE FUTBALLRATTE AAH ALTER FUTBALLRATTE 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 FUTBALLRATTE